Diese Idioten im Stark Tower. Wir werden ihnen alles nehmen. Jemand benutzt Sachen aus den Avengers-Schlachten, um verrückte Waffen zu bauen. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas handeln. Wir nehmen uns, was uns zusteht. Du hältst mich nicht auf! Und los! Gute Arbeit. Das ist keine Umarmung. Ich öffne dir nur die Tür. Ich freue mich!